Heya Lords! Heya Ladies! Eigentlich hatte ich mir vorgenommen, alles abzulesen, was ich euch jetzt sagen möchte. Das habe ich aber dann über die Häuser geworfen, weil es doch ein bisschen schwierig ist, alles abzulesen und genau so zu gestalten, wie man sich das eigentlich vorgestellt hat. Ich mache dieses Video aufgrund unseres Events in Wien, was eines der größten Ereignisse ist, die wir bis jetzt erleben dürfen. Warum mache ich dieses Video? Ich möchte euch ein bisschen näher führen, was Niederhole ist und was Niederhole ausmacht. Im Februar 2016 wurde Niederhole gegründet von Utonic Snipes und von Alien 11. Damals hat es noch keinen Clan gegeben, sondern einfach nur den Stream Channel Niederroller. Der Clan wurde aufgebaut, als Rusher und Audronin dazukommen. Der Clan ist stetig gewachsen und der Stream Channel bekam immer mehr Reichweite. Heute haben wir eine sehr erfolgreiche Teamtage hinter uns. Wir hoffen darauf, dass das Event, das für Staaten in Wien ebenso erfolgreich wird. Und nun kommt das Event. Viel Spaß dabei. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020